Hallo RC-Freunde und willkommen zu diesem Video. Ja, heute testen wir mal was ganz lustiges, was in letzter Zeit auch viel diskutiert und getestet worden ist. Und zwar, wie viele Propellerblätter machen einen Unterschied? Weil das Problem mit diesen ganzen kleineren Drohnen, erst recht den Cinewhoops, ist ja, dass die sehr laut sind und sehr hoch vom Ton. Und die kommen ja oft mit drei oder vier Blattpropellern. Und jetzt gibt es ja diesen Trend, diese Propeller hier zu benutzen. Das sind HQ Prop 8 Blattpropeller. Die einzelnen Propellerblätter haben natürlich etwas weniger Pitch, aber trotzdem werden wir jetzt mal testen, wie das Ganze sich so verhält. Das ist 3 Zoll, das ist 3 Zoll. Das sind hier sogar die originalen Propeller, die zu der Diatone dazugehören. Und das sind Gemfan 3052 R, das heißt 5,2er Pitch, was schon echt krank ist. Bei denen hier steht leider nur 76 mal 8. Ja, 76 auf den Durchmesser bezogen, 3 Zoll, weil das sind eigentlich eher so Cinewhoop Propeller. Aber wir probieren jetzt trotzdem mal mit dem Diatone. Problem ist nur, wie man es hier vielleicht auch sieht, GPS funktioniert bei dem Ding immer noch nicht. Ich weiß auch nicht warum, jetzt ist schon ein neuer FC drin. Es will einfach nicht, keine Ahnung, ich habe es jetzt schon mit mehreren FCs, mehreren Modulen probiert. Geht einfach nicht. Deswegen, bisschen oldschool. Ich habe gerade hier auf der rechten Seite zwei Bäume vermessen, die genau 6 Meter voneinander entfernt stehen. Und dann werde ich jetzt hier gleich eine GoPro mit 42 FPS laufen lassen. Und dann ballern wir hier kurz mit dem Ding her und dann messen wir halt den Zeitunterschied und gucken dann ganz grob, wie schnell die ist. Und dann schauen wir mal, ob wir das vergleichen können, wie das mit den beiden Propellern ist. Aber der Hauptaspekt ist natürlich die Lautstärke und vielleicht auch so ein bisschen das Flugverhalten. Ich würde sagen, wir fliegen einfach mal mit den Standardpropellern und schauen mal, wie die sich so verhalten. So, die Drohne liegt da vorne. Ich kann die Augen kaum aufhalten, weil die Sonne so hell ist. Und ich würde sagen, wir fliegen auch direkt mal los. Und Aufnahme läuft überall, auch bei der GoPro da vorne. Und hoffentlich kriegen wir da irgendwas an Geschwindigkeitswerten raus. Wie gesagt, wenn nicht, dann müsste es einfach mal glauben oder halt dem DVR entnehmen, wie schnell es einfach aussieht. Aber es geht ja primär eigentlich um die Lautstärke, ob man die ein bisschen reduziert kriegt. Und ich würde sagen, wir schauen mal, wie sich das Ganze so fliegt. So, und schon geht es los. Ich muss auch sagen, es ist schon länger her, als ich das letzte mit dem Ding hier geflogen bin. Aber weil ich immer Probleme mit dem GPS hatte. Deswegen nicht ganz so viel Bock jetzt hier mit dem Ding rumzuheizen. Die ist gar nicht mal so laut. Ah, jetzt ist hier wieder dieser komische Bug mit dem Bild. Ah, jetzt ist wieder da. Ich glaube, das liegt daran, dass die Kamera hier bzw. der Videosender mit dem Diversity nicht klarkommt. Ich wechsle das mal eben bei der Brille. So, die Brille ist jetzt im Diversity-Modus gelockt. Das heißt, jetzt sollte das Problem mit dem Bild nicht mehr aufkommen. So, und bevor der Akku jetzt leer ist, würde ich sagen, machen wir jetzt mal den Test. 3,75. Ja, 3,75 Volt ungefähr. Ich würde sagen, ich mache das am besten von hier hinten. Oh, ich glaube, das war zu hoch. Ich mache das nochmal andersrum. Das war auf jeden Fall besser. Einmal probiere ich es noch in die Richtung hier. So, und ein letztes Mal in die hier. Und dann haben wir es. Ja, das war gut. Krass eigentlich. Ich finde, die ist mit den Propellern gar nicht mal so laut. Das Gefühl mit den 51ern, mit denen ich die immer benutzt habe, war die irgendwie lauter. Gut, die ist auch an sich natürlich leiser als so eine 5-Zoll-Drohne. Geht aber genauso gut ab. Eigentlich schade, dass ich mit der nicht mehr geflogen bin. Weil die macht so einen Bock. Und vor allem das Geile ist, wenn man mit der halt einen Crash hat. Die wiegt ja auch so gut wie nichts. Das heißt, da geht dann auch nichts kaputt. Der Akku hält relativ lang. Man kann halt durch viel, viel kleinere Öffnungen und so durchfliegen. Einfach, weil die Drohne selbst kleiner ist. Die ist deutlich leiser. Unter 250 Gramm. Hui, das war knapp. Also es ist echt mega, das Ding. So, und ich lande jetzt auch mal hier. Okay, ja, Höchstgeschwindigkeit sagt natürlich jetzt nichts. Aber ich fand, die ist sogar relativ leise. Klar, diese Propeller sind auch eigentlich für Cinewhoops gedacht. Und Cinewhoops sind deutlich, deutlich lauter. Aber wenn wir hier einen Unterschied feststellen, dann stellen wir bei den Cinewhoops definitiv einen Unterschied fest. Und dann würde ich sagen, wechsle ich mal hier in die Propeller, was jetzt vielleicht etwas dauern könnte. Und dann machen wir gleich den zweiten Flug mit den 8-Blatt-Propellern. Und schauen mal, ob es da was verändert. So, Propeller und Akku sind gewechselt. Ist genau der gleiche Akku, nur halt einfach wieder einer, der voll ist. Und die Propeller sind auch drauf. Und unabhängig von Sound oder Geschwindigkeit. Ich würde sagen, das sieht schon ziemlich cool aus auf so einer Mini-Drohne. So viele Propeller, beziehungsweise so viele Propeller-Blätter. Und ja, ich lege die jetzt mal da hin. Und dann schauen wir mal, wie sich das hiermit verhält. Wir machen das mal genauso wie gerade auch. Erst ein bisschen so durch die Gegend fliegen. Gucken, wie das so vom Geräusch ist, vom Fluggefühl. Und danach, wenn der Akku auf so 3,75 bei wenig Gas ist, dann einmal durchziehen und dann halt einfach zweimal in jede Richtung. Und ich denke mal, dann sollten wir das hier ganz gut vergleichen können. So, die Sonne ist ein bisschen hinter den Wolken verschwunden. Gute Nachrichten für mich, vielleicht schlechte Nachrichten für euch. Aber ich würde sagen, los geht's. Und wir schauen mal, wie sich das hiermit so fliegt. So. Und direkt vorweg. Oh, das klingt echt mal komplett anders. Boah, wie soll man das jetzt beschreiben? Es klingt im Endeffekt nicht wie eine Drohne. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Es klingt fast wie so ein lauter Computerlüfter oder so ein Staubsauger im nächsten Raum oder so. Keine Ahnung. Es ist ein etwas höherer Ton, so gefühlt. Aber sehr leise. Also ich gehe es jetzt hier direkt vor mir. Also ihr hört es ja, komplett anderer Ton. Aber auch wenn diese Propeller nicht für Freestyle gedacht sind, fliegt es das echt gut. Also es macht richtig Bock mit den Dingern. Sehr leise. Aber es fühlt sich so ein bisschen anders an. So, als wären die Rates ein bisschen verändert worden. Also es ist schon etwas, etwas anders nochmal. Aber nicht schlecht. Keineswegs schlecht. Ja, Prope Rush ist leider noch ein bisschen vorhanden bei dem Ding hier. Das habe ich leider noch nicht rausgetunt. Hier sind noch die kompletten Standard-PID-Einstellungen drauf auf dem FC hier. Dafür fliegt es jetzt aber auch ganz gut. So, und jetzt ist der Akku ja, ähnlich zu dem, wo er gerade war. Etwas niedriger vielleicht, aber das ist nicht ganz so schlimm. Und dann probieren wir es mal. Holy shit. Ich würde sogar fast sagen, dass er schneller war. Und sehr leise. Nochmal zurück. Also von den Spannungen, was ich so gesehen habe, sind beide Akkus auf so 3,2 runtergegangen, nachdem ich Vollgas gegeben habe. Also es ist ähnlich. So, jetzt nochmal zurück. Okay, und jetzt noch ein letztes Mal in die Richtung. Alter, Vater. Ey, das ist echt krass. Also es hat ein sehr interessantes Verhältnis zwischen Drehzahl und Frequenz bzw. Lautstärke der Propeller. Im unteren Drehzahlbereich, also so jetzt hier, bei so rumcruisen, ist die relativ leise. Etwas anders nur vom Ton zu den anderen Propellern. Bei so Halbgas wird die etwas lauter sogar fast. Oder werden die Propeller etwas lauter. Und ja, ich werde das jetzt mal alles ausrechnen. Mal schauen, ob das mit der Geschwindigkeitsmessung hier irgendwas ergeben hat. Ich denke mal, die Lautstärke oder diesen Tonvergleich habt ihr so ein bisschen mitbekommen. Ich habe es ja gerade schon beschrieben. Unterer Drehzahlbereich ähnlich, aber etwas leiser. Mittlerer Drehzahlbereich sogar fast lauter als die normalen Propeller. Aber dafür halt so ein bisschen anders von der Frequenz. Und im oberen Drehzahlbereich deutlich, deutlich leiser. Und wenn man überlegt, wenn diese Propeller bei CineWoobs benutzt werden. Die sind ja auch eher ein Großteil als im oberen Drehzahlbereich. Also da würde das vielleicht sogar Sinn ergeben. Und ja, leider habe ich jetzt nicht mehr meine Green Hornet, bei der ich das jetzt austesten wollte. Das wollte ich eigentlich mit der noch testen, weil die auch relativ laut war. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall leiser. Vor allem, wenn man halt viel, viel Gas fliegt. Und der Akku war jetzt auch relativ flott leer. Aber ich bin jetzt auch ziemlich aggressiv geflogen im Vergleich zum ersten Flug. Aber so oder so macht es unfassbar viel Spaß. Wie gesagt, fühlt sich etwas anders an, so die Sticks. Also man merkt schon, dass es andere Propeller sind. Aber jetzt nicht so, dass man sagen würde, oh, damit kann man gar nicht fliegen. Die sind nicht für das Ding geeignet. Nein, absolut nicht. Geht vollkommen klar. Und macht so oder so ultra viel Spaß, mit diesem kleinen Ding hier durchzuheizen. Vor allem, wenn man halt wirklich solche richtig kleinen Öffnungen mitnehmen kann. Wie gesagt, wir sind jetzt drin, wenn ich hier irgendwelche Ergebnisse habe. So, und ich habe mal ein bisschen gerechnet und mir das Ganze hier aufgeschrieben. Und habe jetzt die Ergebnisse, die, ja, wie erwartet unpräzise sind. Weil ich hatte das Problem, dass ich mit der Drohne leider sehr weit weg von den Bäumen geflogen bin. Und deswegen die Distanz, die so aussah wie zwischen den zwei Bäumen, halt deutlich weiter war als 6 Meter. Ja, deswegen habe ich jetzt einfach mal das Doppelte genommen und mit 12 Meter gerechnet. Deswegen, es geht jetzt hier nicht immer um präzise Geschwindigkeiten, sondern nur noch um den Vergleich zwischen den beiden verschiedenen Propellern. Weil es trotzdem das gleiche Auswahlverfahren war, trotzdem die gleiche Kameraperspektive. Also es geht jetzt nur noch um den Vergleich zwischen den beiden Propellern. Und nicht mehr um, wie schnell die Drohne wirklich ist. Und ja, ich habe es dann so ausgerechnet. Ich habe geguckt, wie viele Sekunden, beziehungsweise eher Bruchteile einer Sekunde, die gebraucht hat, um vom einen Baum zum anderen zu kommen. Und das dann halt einfach durch jetzt diese 12 Meter geteilt. Und dann haben wir eine Zahl rausbekommen. Das sind die Meter pro Sekunde. Weil Meter durch Sekunde geteilt, dann kommen Meter pro Sekunde raus. Die Zahl mal 3,6 gerechnet, damit wir kmh haben. Und ja, jetzt habe ich hier die ganzen kmh-Werte und dann halt auch den Durchschnitt für die jeweiligen Propeller. Ich blende euch dann jetzt jeweils die einzelnen Flüge immer ein. Also bei den originalen Standardpropellern war beim ersten Flug 0,3 Sekunden, die ich gebraucht habe. 144 kmh. Wenn es 12 Meter gewesen wären, wie gesagt, die einzelnen Zahlen selbst sollten jetzt nicht so ein hohes Gewicht haben. Es geht eher so um jetzt das Verhältnis zwischen den einzelnen Zahlen. Und wie gesagt, ist auch an sich sehr unpräzise. Also wenn jetzt hier mehr oder weniger irgendwas abweicht, nehmt es nicht zu hart. So, der Flug in die andere Richtung. 0,32 Sekunden. 135 kmh. Ungefähr, wie gesagt. Dritter Flug. 0,3 Sekunden wieder. Wieder 144. Und dann der letzte Flug wieder in die andere Richtung. 0,33 Sekunden. Also ungefähr 130. Und das Einzige, was da schon so ein bisschen erkennbar ist, ist, dass ich immer von rechts nach links schneller war, als von links nach rechts. Und das ist sogar bei den anderen Propellern auch noch so. Das heißt, vielleicht stand der Wind so ein bisschen so, oder ich habe einfach jedes Mal zufälligerweise genau in die andere Richtung das falsch gemessen. Aber egal. Das ist auf jeden Fall ähnlich. Also könnte sein, dass das einen Zusammenhang hat. Und der Durchschnitt aus all den vier Flügen sind dann 138,25. Sagen wir jetzt einfach mal 138 kmh. Und jetzt das Ganze mit den Achtballpropellern. Der erste Flug hin, das war der schnellste insgesamt. 0,28 Sekunden. Also 154 kmh. Dann in die andere Richtung. 0,35 Sekunden. Das heißt 123 kmh. Das sieht man wieder. In die andere Richtung deutlich langsamer. Dann wieder in die Originalrichtung. 0,3 Sekunden. 144 kmh. Und dann der letzte Flug zurück. 0,31 Sekunden. Das heißt 139 kmh. Und auch hier bei den Achtballpropellern ist das wieder so. Von rechts nach links ist es schneller als von links nach rechts. Vielleicht habe ich da nicht so präzise gemessen. Naja gut. Auf jeden Fall ist hier der Durchschnitt 140 kmh. Das heißt, der Durchschnitt ist sogar fast 2 kmh mehr. Ist kein riesiger Unterschied. Ist ein sehr kleiner Unterschied. Aber immerhin, es ist ein Unterschied. Und wie gesagt, es war nur sehr unpräzise. Aber wir sind ungefähr im gleichen Bereich. Darum geht es ja eher. Ihr habt ja auch die Aufnahmen im Flug gesehen. Das ist kein riesiger Unterschied. Ist jetzt nicht so, als wäre die mit den Standardpropellern 200 fliegen. Und mit den anderen Achtballpropellern nur 20. Also es ist sehr ähnlich von der Leistung. Das können wir festhalten. Flugverhalten ist etwas anders. Und Sound ist doch schon deutlich leiser. Aber halt auch nur in den unteren und oberen Drehzahlbereichen. Und der Sound ist an sich komplett anders. Ich finde es ein bisschen angenehmer, weil es nicht so ein lautes Schreien ist. Sondern eher so ein dumpfes Summen. Das klingt ein bisschen angenehmer, finde ich. Und sieht auch einfach cool aus. Also wenn man andere Propeller fliegen will, die cooler aussehen, kann man die auf jeden Fall nehmen, würde ich sagen. Aber die jetzt extra kaufen, ja, ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Zumindest nicht für so eine 3 Zoll Freestyle-Drohne. Wenn man einen Cinegoop hat, würde ich die definitiv ausprobieren. Weil da ist es im Endeffekt schon fast garantiert, dass das leiser wird. Einfach weil die Cinegoops selbst sehr laut sind und immer im hohen Drehzahlbereich sind. Das heißt, da wird man wahrscheinlich doch schon deutlich leiser werden. Aber bei so einer kleinen Drohne, wie ich die jetzt habe, lohnt sich nur bedingt. Aber ist trotzdem cool. Ich denke, ich werde damit auch ab und zu nochmal fliegen. Und ja, ist auf jeden Fall auch entspannter, die drauf zu schrauben und so. Weil es halt sehr viele Propellerblätter sind. Aber trotzdem muss das jeder für sich entscheiden. Ihr habt ja jetzt den Vergleich gesehen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.